Was geht ab heute? Mein Name ist Haka Medi. Ich bin hier gerade mit dem Memo Bruder. Ja, wie ihr seht, heute stehe ich nicht so im Mittelpunkt. Heute ist mein Kollege. Wir drehen für den ein paar Videos jetzt Stadthaus. Hraps, Seasons werden auch drin sein. Bleib dran. Was geht, was geht meine Leute. Wir sind hier gerade in Heidstart. Ich bin mit Memo hier. HkmbD hinter der Kamera. Gleich kommt dickes, wir drehen gleich ein dickes Video. Auf jeden Fall check den ab. Mehmet unterstrich elf. Auf jeden Fall rasiert mein Arsch. Ihr wisst Bescheid. Instagram-Video kommt. Instagram wird vergewaltigt. Ich muss einfach übernehmen. Altschat lebt Bruder, du weißt ganz genau Bescheid. Böse. Leute, was geht ab? Mein Name ist HkmbD und heute chillen wir ein bisschen fremde Hut. Seine Hut. Stadthaus. Altschat lebt Bruder, Altschat lebt. Zack, zack, zack. Da halten Sie einen Kollegen von uns. Zack, mein Gott. Wir drehen jetzt komplett durch. Einfach so, just so fahren. Einfach so. Einfach so. Warum? Und warum? Warum machen wir das alles? Warum oder warum? Ich weiß nicht, oder? Ich weiß auch nicht. Ey, so Osteraufgaben. Auf jeden Fall gibt es nicht so. Osterangebot. Alle leise mit Osterangebot. 50 Cent Bruder, lauf. Ey, du hast Farnflaschen, ne lauf, Bruder. Schau auf. Ich hab Puffi. Das heißt, 100 Wexammies. 90 zu. Ich hab's, Mann. Jalla, die kommt. Ich würde sagen, auf meinen Nacken. Aber Jungs, ich spinne. Broke. Hier, hier, hier. Ich hab heute auch zu filmen, Mann. Ich hab's gedacht. Ah, sieht ihr das? Was ist das? Auf jeden Fall. Woher kommt der Altschat, Bruder? ABG 53er. ABG 53. Auf jeden Fall hier noch gemacht. Zack, zack, zack. Wir sehen uns später. Überrasch. Okay. 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 Ah, mal hier. Das ist was. Bye. Wir sind hier gerade bei Mediamarkt. Komm, was können wir machen? Komm, wir fangen einfach mit einer Umfahrt an. Komm, komm. Mit 6 Uhr. Nehm. Wir sind hier von... Wir sind hier von... Wir sind hier bei einer Umfahrt an. No. No! No! Kannst du kein Deutsch? Ey, kannst du Polisch? Polisch? Ich blieks, warte. Okay, warte. Flexig. Was? Ich bin kein Deutsch. Ich bin kein Deutsch. Ich bin mein Zeug. Ich bin mein Zeug. Warte. Kannst du Deutsch? Aber was ist das? Und Frage. Eine Frage, eine einzige Frage. Nein, 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 nein. Eine Frage. Nein, nein, nein. Traurig, ja? Was sollen wir machen? Na? Danke, Mädels. Bitte. Ey, Leute, was ist... Auf einmal siehst du ein Video gemeldet. Wir sind beide gleichzeitig, Alter. Komm, was ist im Trend? Ach so, ja. Ey, Bruder, was machen, ja? 10 Millionen, Alter. Lass meine Umfrage starten. Ey, 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 entschuldigen, entschuldigen. Hätten Sie Lust, an einer Umfrage teilzunehmen? Ja, gerne. Gerne? Okay, und zwar lautet die Frage, wie finden Sie Fortnite? Fortnite? Ja, Fortnite ist gerade ein Trend, weil ich meine, da gibt es gute Tänze. Zum Beispiel? Kannst du uns einen... Ja, mach mal, mach mal. Scheiße, ich kann dieses Tänze, ich weiß noch irgendwie so oder so. Was gibt's noch in Fortnite? Ja, Fortnite... Ja, da... Da gibt's vieles, ja? Du kannst online spielen. Du kannst... Leute... ...wolle... Du kannst gewinnen, weißt du, ich meine? Wow! Alles klar! Ey, ey, Jungs! Du steht doch immer auf Weimar, oder? Ja. Steht ihr eher auf Schwarz oder weißt du was? Ja, ganz ehrlich, das ist mir egal. Komm! Komm! Ich sag so, ich hab keinen speziellen Typ, und ich gucke immer, ist das geil, oder ist sie geil? Weißt du, wenn du jetzt so ein Schwarz sind, wenn du gehst, wie geil bist, ist sie geil. Und wenn du weißt, wenn du wirklich geil bist, ist sie auch geil. Was sagst du nicht geil? Loch ist Loch. Ja, geil einfach... Du kannst das Gesicht, geiler Arsch. Komm, wirst du näher! Ist mir zufrieden, ganz ehrlich. Ja? Aber die... Arsch muss sitzen, oder? Ja, Arsch muss schon gut. Arsch muss sitzen. Der Junge weiß, was scheint der Ende. Wie gesagt, wenn die gut aussehen, dann passt das jetzt eigentlich. Ja? Wie jetzt so. Arsch tippen! Schloch war gut nicht. Hast du hier einfach? Ich würdest sagen, wie gesagt, kommt immer auf die Person an. Aber... Aber du hast das nicht so aus Charakter, oder? Alle nicht, oder? Nee. Also Charakter ist schon nicht so exakt. Der erste Eindruck muss ja aus dem Stimmen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Danach kommt Charakter. Danach kommt Charakter. Man kann nicht sagen, ich achte auf Charakter. Wenn ich jetzt so eine Frau sehe, schließe ich doch nicht was für Charakter lehre. Ach so, oder? Aber warte, warte. Du achtest gar nicht aufs Charakter, oder? Nein. Nein. Eben hast du gesagt... Ey, ey. Eben hat er noch gesagt, er achtet gar nicht aufs Charakter. Ja. Ja. Du achtest nicht so aus Charakter. Nein, die anderen nicht, oder? Ja. Mal gucken. Also nicht, ne? Ist egal. Hast du einen guten Charakter? Wenn du sowas sagst? Ja, ich will. Du? Ich denke schon. Afrikaner oder weißt du? Ich hab gedacht. Ich hab kein Problem damit, ne? Ich denke, alle Lachen ist doch nicht aufs Charakter. Der achtet gar nicht aufs Charakter. Der sagt, scheißegal, Spaß, weiß, ich nehm an, Alter. Was ist jetzt, Alter? Was ist für euch so, so ein Maximale, Alter? So, ab wo es nicht mehr geht? Gibst du euch nicht, oder? Das ist letztendlich. Alter. Alter, ihr achtet gar nicht nur aufs Charakter. Weißt du das Loch, oder nicht? Du drehst meine Aussagen gerade rum. Was soll denn deine eigene Aussagen, oder nicht? Ist doch so, oder? Ja, es kommt halt auf den ersten Eindruck. Stark. Übrigens, sollt ihr noch mal sagen, wie auf Instagram weißt oder so? Nein. Nicht? Ne, ich hab keine Lust. Instagram, Snapchat, Facebook, jedenfalls. Ich weiß sie gar nicht. Hab dich gut aus, Sonja? Du siehst blendend aus. Mach dir mal meinen Nacken aus. Ja, zieh aus. Zieh aus, zieh aus. Zieh alles aus. Zieh alles aus. So, rück uns rein. Ja, ey Leute. Ey Leute. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Champagne. Champagne? Champagne? Champagne. Meine Augen sind Turken. Ey, schau mal. Okay. Ja. Steht ihr mehr auf Afrikaner oder auf Türken? Türken. Türken? Warte, warte, warte. Wir sind zufälligerweise Türken. Und äh... Aus Deutschland kommst du? Ja. 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 Ich bin der erste Mensch auf Deutschland. Ja. Ich bin der erste Mensch auf Deutschland. Sonst Italienerin? Was haben Sie sonst? Maruka? Aber... Du fahr ich gleich aus. Tschö, tschö. Ey, ey, ey. Hier ist ihr Gesicht. Nix anders, Leute. Ich kenne euch. Ich kenne euch. Du musst... Bleib locker so wie du immer bist. Du kannst auch so machen und so. Du siehst keinen. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Wir sind in zwei Minuten gleich. Ja, ja. Alles in zwei Minuten. Alles aufgelaufen. Und sehr viel. Ich sag mir entschuldigung. Ich sag entschuldigung, oder ich mach dich richtig fertig vor Kamera. Mit Schnitten und so. Ja? Ja, komm. Ja, komm. Komm, geh auf die Knie. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Hey. 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 Lertest du? Sitze. Okay. Komm auf die Knie. Also ob ich jetzt hier auf die Knie gehe, nicht mal zum Schuhen bin. Ja, so süß auch aus, ne? Stehst du überhaupt auf Schwarze? Hä? Stehst du überhaupt auf Schwarze? Ich hab nicht wieder auf Schwarze sitzen. Achtest du so auf Charakter oder auf Aussehen? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Charakter, äh, Aussehen hält. Ah, äh, Aussehen. Au, au, au. Mach das. Aussehen. Sieht an. Charakter hält hält. Siehst du viele an? Ja. So gravitationsmäßig so. Oh, klar. Oh, klar. Sascha, Hilfe. Nein. Was ist wichtiger? Äh, Aussehen oder Charakter? Nein, eins muss wichtiger sein. Muss immer wichtiger sein. Doch, da gibt's immer was Wichtiges. Sag ehrlich, komm. Was aus dir kommst du, wenn du da so richtig hübschen, richtig hübschen Türken so siehst, weißt du? Ja, wenn der gerade schatzt, ist immer noch schön drin. Du hast den Tod. Oh, lang, mit Big Mac. Ich bin das so, ein bisschen assoziat spielen schon. Aber in der Fall schnell. Ja, ey, du kennst dich angeblich. Ja, ich hab doch einfach mit dir telefoniert. Gestern? Ja. Der Ausblick. Wow. Komm, du kommst mal vor Kamera so. Zwinker. Oder so. Mit deinen Lippen so spiel oder so. Kennst du das? Mit Haaren und so ein bisschen. Komm, vor Kamera. Gib mir Kamera. Komm. Komm, ey. Zwinker und spiel ein bisschen mit deinen Reizen so, weißt du? Oh, no, 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 no. Komm, komm, mehr, mehr, mehr. War das schon alles? Ey, da hab ich schon. Ey. Ah. Wieso mal mit deinen Reizen mehr? Ich bin da. Unverteilt bisschen weiß. Mit Jungs aus der Hotding komplett Philipp Line. Zahlst du nicht, hast du eine Klinge an deinem Hals. Fagt die Jungs von der Straße, sie wissen, was ich mein. Was willst du hier? Bin mit Jungs rauch Havanna Schick sie weg, sie sieht aus wie Rihanna Haben Flaschen auf dem Tisch, doch trinken Wasser